Wer das nicht tut, der tut es nicht. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen und sprechen. Na? Und da brauchst du Lacheraffe, du künstliche Figur, du Lacheran, du Läscherlöcher, deinen Senf nicht dazugeben. Punkt 1 habe ich dir verboten, in meine Privatsphäre einzudringen, also hier zu sein, also verpiss dich, sonst mache ich dir einen Knoten in den Hoden, du Sturrsch. Auch wenn ihr elektronisch erzeugte Wichsbilder seid und Wichstöne, so steckt hinter allem immer ein Mensch, der das Ganze bitte.